Richtig Bock. Also, es ist vollkommen übertrieben, hat auch kein Deckungssystem oder so, aber die Art, wie es ist, ist einfach nur cool. Ja, Hacken muss natürlich in jedem Spiel drin sein, ist jetzt allerdings noch nicht so schlimm. Ich hoffe, es wird auch nicht viel schlimmer. Es ist relativ standardmäßig, dieses Hacken. Schön, Phase 1 fertig, jetzt auf Phase 2. Fortune ist so ein bisschen, ja, die Technikerin, sagen wir mal so, also die relativ schnelle Flinke, die sich ein bisschen mit den Gadgets auskennt und so weiter. Jetzt am Anfang merkt man jetzt vielleicht den Unterschied zwischen den einzelnen Agenten an sich noch nicht so krass, aber ihr könnt im Laufe des Spiels die Fähigkeiten weiter ausbauen und dann ist es schon ein Unterschied, ob wir jetzt den oder den Agenten auf dem Einsatz mitnehmen. So, jetzt haben wir sie und jetzt haben wir quasi die Möglichkeit zwischen den dreien durchzuschalten, indem wir die Falltasten drücken. Und so können wir die Fähigkeiten von denen kombinieren. Das geht also ruckzuck, wenn ihr sagt, ich will jetzt Hollywood spielen. Hollywood ist eigentlich so mein Lieblingscharakter, obwohl er eigentlich der vorhersehbarste von allen drei ist, aber der ist irgendwie so eine gesunde Mischung. Ähm, und dann könnt ihr ja dann ruckzuck zwischen den einzelnen Typen durchwechseln. Oh fucker, asshole. Okay, das war jetzt ganz schön assi, den Typen da umzubringen. Wo sind hier die Gegner, hä? Und am besten verhindert ihr es getroffen zu werden, indem ihr einfach ganz blöd durch die Gegend hüpft, weil es gibt wie gesagt kein Deckungssystem. Braucht man eigentlich auch in den meisten Fällen nicht Aber gerade am Anfang verliert man schon relativ schnell Leben, habe ich gemerkt Wenn man einfach so reinläuft, ohne jetzt ein bisschen drauf zu achten, werde ich getroffen oder nicht Au, Asshole Natürlich kann auch jeder von den Charakteren Nahkampf, was relativ gut ist Weil der Nahkampf ist sehr stark und gerade wenn ihr einen Gegner nicht feucht habt Was öfters mal vorkommt bei der Art, wie man hier spielt Aua Dann kann man den damit relativ leicht mit einem Schlag ausknocken Jetzt gucken wir nochmal hier rum, ob hier irgendwie ein bisschen was rumliegt Nö, hier liegt nix rum Nur ein bisschen was, was wir explodieren lassen können Weil es Spaß macht Und dann gehen wir einfach mal weiter Schau mal, ah Moment, stopp Da oben, war da noch irgendwas? Hatte ich da, sind da nicht auch Gegner rumgelaufen? Nö, anscheinend nicht Okay, scheiß drauf Gehen wir, sprinten wir Okay, cool Mayhem I should have known You fools Overcharging the Dominator core It's something a child would do Do you have any clue as to how much danger you put yourself in? Of course you don't Why are you even here? Persephone's sending her dogs in to do her dirty work, eh? Well, you are too late, I'm afraid Just a few more moments And you will not stand a chance against me The Ministry of Pride Legion Or the Morningstar Was that adlibbed? Impressive In the Spielen In the Spielen öfters Welche zu geben For I have a final present for you And Persephone Does it rhyme with Docklet Dover Darius? Just you way Man, warum habe ich jetzt diese Framerate-Einbrüche? Wisst ihr, ich habe so durchschnittlich 60 Frames Und dann habe ich zwischendurch diese Einbrüche Das ist jedes Mal, wenn er seine verkackte Spezialattacke da hinten macht, ey Ah, unverwundbarkeit, natürlich Once again, Mayhem You show no thought No consideration You are only brutes with bullets Isn't that right? What is it they say? When all you have is a hammer Every problem looks like a nail Farewell Mayhem And to you, my sweet pet Have fun in your new home Ah, we gotta get out of here Oh, okay Dann suchen wir uns mal einen Weg nach draußen, ne Nachdem wir ihn entkommen haben lassen Wie echte Profis Genau, und Und dann gibt es natürlich Weil es nachher auch eine Open World geben wird Wie immer ein Sammel-Item Oder Sammel-Items Es gibt noch mehr, nicht nur das hier Und das ist in dem Fall eine Mayhem-Lilie Und damit kann man entweder einen Agenten, der komplett gestorben ist Ne, ihr habt ja immer drei Stück Und wenn einer stirbt, wechselt ihr quasi automatisch auf den nächsten Kann man den wiederbeleben Äh, was heißt entweder Also erstens das Und zweitens bekommt ihr dafür Mayhem, mit dem ihr eure Spezialfähigkeit Wieder auffüllen könnt Und damit, ich weiß nicht, ob das auch gleichzeitig EP bringt Ich glaube, es bringt einfach wirklich nur dieses Damit ihr die Spezialfähigkeit auffüllen könnt Wuhh Ein Zerro-Point-Dynamo Und ja, es war Wenn es in die Stadt kommt, ist es schlecht Oh, besser mich selbst bemerkst. Diese zufällig von der Decke fallenden Splitter. Das ist doch zum Kotzen hier. Oh Jesus. Uh-uh, I ain't dying because of Hollywood fucker. Get in here, pretty boy. Wait, what? Why me? Cause you both a bad asshole. Hey there, boss. Why? Nailed it! So, die Mission ist abgeschlossen. Es läuft irgendwie bei Saints Row. Dann kriegt ihr so ein paar Sachen, was ihr freigeschaltet habt und so weiter und so fort. Wie viele Erfahrungspunkte ihr bekommen habt. Und, ähm, ich muss sagen, also dieser Zeichentrick-Stil gefällt mir richtig, richtig gut. Er hätte Saints Row von mir aus schon immer haben können. Ähm, die... Also ich finde, es ist zwar... Es hat zwar sowas von, äh... Ja, es lässt das Ganze ein bisschen statischer wirken. Aber damit kann man den Humor einfach so geil nach vorne bringen. Gerade diese Sequenz, wo sie einfach da an dem Balkon steht und er fliegt dann so vorbei. Hi, boss. Ah, ist so super. Ja. Da sind unsere drei Agenten. Äh, es ist natürlich so, ihr habt ja die Intro-Sequenz gesehen, man schaltet nachher noch viel mehr Agenten frei. Also das sind einfach nur die drei Startcharaktere. Und jeder Charakter hat auch einzigartige Fähigkeiten und kann einzigartig aufgerüstet werden. Also, es sind nicht nur einfach diese drei, die man das komplette Spiel lang spielt. Äh, so viel mal jedem gesagt, der denkt, okay, okay, ich hab diese drei verschiedene Stereotypen, mit denen spiel ich das Spiel durch. Nein, es gibt natürlich noch viel mehr. Und nochmal zur Prämisse, um da zurückzukommen. Mir gefällt grundsätzlich die Idee eigentlich richtig geil, dass es so ein Team aus Guten gibt und so ein Team aus Bösen. Alles Charaktere, die so eigene Persönlichkeiten haben. Vielleicht entwickeln die auch eigene Fäden untereinander. Und man hat dann immer die Möglichkeit eben... Also, allein diese ganzen Typen, die da in diesem einen Rush in der Intro-Sequenz kamen, von den Bösen, ne. Ich hab allein schon Bock gegen jeden einzelnen von denen in so einem Bosskampf anzutreten. Das ist bestimmt richtig cool. Und, ja. Wir haben ein neues Gadget freigeschaltet. Pulverfass für, äh, Fortun... 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 Äh, ja. Also, das sind im Prinzip, äh, die Spezialfähigkeiten, ne. Die Mayhem-Fähigkeit bleibt immer gleich mit dem Roboter. Aber die Spezialfähigkeiten, da schalten die Charaktere, ähm, manchmal welche frei. Wie zum Beispiel hier das, äh, das sie... Mit dem Pistolenschuss, der bleibt grundsätzlich gleich, aber in anderen... Etwas andere Wirkung, das... Äh, ihr wisst, was ich meine. Es hat einen kleineren Wirkungsbereich, verursacht aber für mittelmäßigen Schaden. Äh, und die Schilde laden sich vollständig auf, mein Gott. Ich sollte es einfach euch lesen lassen und nicht so viel selbst lesen. Ach Gott, ne. Ja. Der hat dann eine passive Fähigkeit freigeschaltet, dass seine Gesundheit einfach, äh, ne, ein bisschen mehr, äh, der, äh, ab einem bestimmten Rang zwei Einheiten befähigt. Ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, das ist dann einfach, dass er schneller seine Mayhem-Fähigkeit auflädt. Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt noch viele Sachen oder Werte, mit denen das Spiel am Anfang um sich schmeißt. Mit denen kann man am Anfang noch nicht wirklich viel anfangen. Und hier, das ist einfach quasi wie die normale Granate von Mayhem, nur dass sie nicht nur Schaden verursacht, sondern ein bisschen weniger Schaden verursacht und dafür die Feinde ein bisschen, äh, blendet und verlangsamt. Also mit Hollywoods Fähigkeiten kenne ich mich so gut wie am besten aus, weil ich den bis jetzt eigentlich am meisten gespielt habe. Sorry dafür. So, und jetzt betreten wir gleich das erste Mal die Open World. Können allerdings uns noch nicht wirklich frei darin bewegen, wir sind noch in einem Missionsbereich, aber da seht ihr schon mal, wie das Ganze ungefähr aussieht. Ich weiß nicht, es ist nur, ich glaube, er sieht mich mehr als eine Frau als eine Frau, als eine Frau, du weißt? Was ist deine Meinung auf Intra-Agency-Romance, Friday? Me? Warum? Was hast du gehört? Oh, thank goodness. Hold on. Was ist das? Oh, dear. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe eine massive Dark Matter-Energie-Signatur. Uh, Friday? Ja, da? Ja, hallo? Agent, was geht's? Ja, ich glaube, ich glaube, dass es nicht so leicht sein wird, als wir gedacht haben. Hey, 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 there! Welcome to Sol! Und da sind wir! Wir befinden uns in Sol, ähm, und es sieht ein bisschen anders aus, als vielleicht in der Realität. Wer es so nicht kennt, das ist die südkoreanische Hauptstadt, tatsächlich. Ich weiß doch nicht, warum sie sich ausgerechnet dafür entschieden haben, aber es ist ein relativ unverbrauchtes Setting und die Stadt sieht verdammt geil aus. Also, überall, alles, was ihr hier seht, das ist frei begehbar nachher, ne? Es ist quasi eine Open World. Ich weiß nicht, ob man auch schon auf die Karte... Man kann schon auf die Karte zugreifen. Ich kann mal ein bisschen rauszoomen. Ich glaube, das ist jetzt nur hier der erste Stadtteil. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, hier oben, äh, diese ganzen Hochhaus-Dinger, hier ist so eine Art Stadion und sowas. Also, es ist schon relativ viel zu entdecken. Und, äh, das ist quasi, äh, die erste Open World, die einen hier in dem Spiel erwartet. Ich habe keine Ahnung, ob es noch andere gibt oder ob das die einzige ist. Aber die hier ist auch schon optisch sehr, sehr geil, muss man dazu sagen. Ja, dann habt ihr gerade eben natürlich gelesen, dass die Agenten aufgestiegen sind. Habt ihr ja auch dann in dem, äh, Endscreen gesehen von der Mission. Und dazu geht ihr dann auf Team und da habt ihr dann hier die Übersicht über die Agenten, die ihr momentan ausgerüstet habt. Also die drei, die quasi dabei sind. Und da könnt ihr dann auf A, also ihr könnt die Agenten dann jeweils, auswählen. Und auf A könnt ihr dann hier durchwählen zwischen den einzelnen Sachen. Und ich erkläre euch das jetzt nochmal ein bisschen. Gadgets, das ist wie gesagt das, was wir gerade eben nach der, äh, Mission freigeschaltet haben. Ich denke mal, das schaltet man durch Crafting frei. Ja, Crafting gibt es auch. Ähm, und durch Missionen oder wenn man es irgendwie auf der Open World findet oder so. Also dadurch schaltet man diese Gadgets frei. Und das sind eben so Sachen wie hier, ne. Das unterteilt sich dann immer in unsere Spezialfähigkeit, in unsere Waffe und Passiv. Und in Spezialfähigkeit haben wir gerade eben für Hollywood hier diese rote Teppichbombe gefunden, die quasi nicht einfach nur so, äh, großen Schaden anrichtet, sondern mäßigen Schaden anrichtet und die Ziele blendet. Das rüsten wir jetzt einfach mal aus. Wir haben für die Waffe noch nichts gefunden, auch Passiv noch nichts für ihn. Und dann gibt es hier natürlich noch Verbesserungen. Wir sind in der Stufe aufgestiegen, haben also zwei Stufen, äh, zwei Punkte zur Verfügung, die wir einsetzen können für jeweils vier Fähigkeiten. Das ist okay, weil man bedenkt, dass jeder Held andere Fähigkeiten hat und wir bei jedem Held quasi skillen müssen. Oder bei jedem Agenten. Und, äh, hier das mit dem Team-Bonus habe ich nicht so ganz verstanden, da es ja keinen Koop gibt. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau heißen soll mit dem Team-Bonus. Äh, vielleicht wenn er mit bestimmten Leuten im Team unterwegs ist, dass er dann irgendwie mehr Mayhem bekommt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, was ich bei, bei, äh, Hollywood eben cool finde, ist die Mayhem-Fähigkeit. Deswegen werde ich die auch weiterhin ihr skillen. Ich habe erstmal zwei Punkte drauf gesetzt, dass die deutlich länger geht, als es vorher der Fall war. Und, ähm, Kernverbesserungen. Dafür müssen wir solche, wie heißen die Dinger? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also, Kerne auf jeden Fall. Die können wir entweder craften oder wir können sie finden. Und das sind eben so Sachen, das sind einzigartige Fähigkeiten, die der Charakter noch zusätzlich lernen kann. Ne, also, äh, diese Kerne sind relativ selten, aber man braucht auch relativ lange, bis man die gecraftet hat. Und, äh, es gibt quasi auf der Open World verteilt, habe ich auch schon gesehen, solche kleinen Splitter. Und wenn man zehn Stück von denen hat, bekommt man einen Kern. Ich glaube, man kann die auch irgendwie craften. Und dann kann man eben hier so einzigartige Sachen, äh, skillen, wie zum Beispiel, dass, äh, bei Hollywood's Mayhem-Fähigkeit mehr Explosionen da sind und der Wert dessen unbegrenzte Munition hat und schnellere Schussfolgen, ne, wie auch immer. Und dann habt ihr hier unten noch die Fähigkeiten, das ist einfach nochmal so eine Übersicht von allem, was so geht und auf welcher Taste man das Ganze auslöst, ne, da könnt ihr im Prinzip, habt ihr dann nur eine Übersicht. Also, das ist jetzt nichts, ähm, nichts Besonderes. Oder, da seht ihr einfach nochmal, wie, äh, wie er sich fortbewegt, ne, er bewegt sich. Es gibt verschiedene Fortbewegungsmethoden, deswegen ist das hier auch extra aufgeführt, mit diesem Sprung nach vorne quasi fort. Das gibt's, keine Ahnung, werden wir gleich noch sehen. Und, genau, ich verteile jetzt mal gerade eben noch bei den anderen zwei ganz schnell die, ähm, Fähigkeiten, die Gadgets. Ich mach das jetzt einfach mal wirklich im Vorbeigehen. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber, ähm, wir haben ja nicht so viel Zeit jetzt, oder ich will das ja auch jetzt nicht unendlich in die Länge ziehen. Hier machen wir mal bei ihr gegen die Überhitzung. Dann hier Kernverbesserungen haben wir ja sowieso noch nix. Ein Hardtack, der kriegt hier die, okay, Telapuna hat er sowieso schon, der hat eine passive Fähigkeit freigeschaltet, das war das. Dann kriegt er die einmal ausgerüstet und noch Verbesserungen. Was könnte er denn, was könnte er denn für eine Verbesserung bekommen? Ähm, eventuell die, äh, Nachleidegeschwindigkeit und vielleicht noch Gesundheitsregeneration. Na, bei dem verteilen wir es dann einfach mal. Dann setzen wir nicht direkt alles auf eins. Und, ja, genau so ungefähr läuft das Inventar, kommen wir später noch zu, sobald wir in der ARC sind. Die ARC ist das Hauptquartier von den Agents, aber das werden wir dann gleich nach der Mission hier sowieso noch sehen. Jetzt müssen wir erstmal gerade uns um unsere Mission kümmern. Ich weiß gar nicht, einfach mal ein paar Schritte nach vorne gehen. Fahrrad können wir leider nicht benutzen, steht nur also da rum. Und ist ein Gegenstand, den wir durch die Gegend schubsen können. Ah ja, genau, jetzt kommt schon was. Hier ist das Ding, mit dem wir aus der Basis raus sind. Woop! Woop!